Und auf ein neues Tagesaufgabe. Diesmal kein Training vorher. Mal gucken ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Dich nehmen wir wieder. Hast dich ja doch eigentlich ganz wacker gehalten, wenn man von ein, zwei Ausrutschen absieht. Oh, das ist interessant. Nicht tot, nicht tot, nicht tot. Gut. Kiste hätte ich auch noch ganz gerne, aber Bomben. Nicht so schön. Hops. Das ist ein sehr komisches Level. Hops. Kommst mit. Hops. Oh, 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 nein, 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 nein. Kein guter Anfang. Vor allem absolut unnötiger Anfang. Mitkommen. Komm schon, wir brauchen Gold. Jetzt nicht den Stacheln verenden. So, du spring in die Stacheln. Nicht mal das können sie mir. Äh. Äh. Bleib mal hier. So. Äh, Stacheln unten? Kann ich nicht sehen. Kann ich es jetzt sehen? Ja, da sind Stacheln unten. Ah. Mh. Okay. So. So. Du läufst nach rechts, richtig? Ja. Okay. Alles gut. Hätten wir gerne die Kiste mit Bomben. Dann hätte ich noch gerne die Vase da. Spinne. Okay. Hätte ich gerne noch den Rubin, weil wir viel, viel, viel zu wenig Gold haben. Und dann kommt auch gleich der Geist, hm? Ich glaube schon. Wir haben schon ganz schön rumgedödelt. Vor allem die Aktion mit den zwei Spinnenwappen. Nee. Ja. Gut. So. Du. Mitkommen. Äh. Da rein. Und hier kommen wir nicht weiter. Das ist ein sehr doofes erstes Level gewesen. Unter 10.000 Gold. Schaden genommen. Und ganz viel Heckmeck. Muss nicht sein. Kann schon spielen. Schlangen. Das ist gut. Also primär wegen der Spitzhacke. Da ist ein Shop. Mit einem Jetpack für 20.000. Naja. Das ist nicht so gut. Auch wenn ich es mich wahrscheinlich kaufen würde, wenn ich es hätte. Komm runter. Okay. Da ist die Schlangengrube. Okay. Ich sollte eigentlich nach oben gehen. Sonst verschwende ich gleich ganz viele Seile. Bomben. So. Du runter. Du runter. Das war an der falschen Seite. Na. Komm schon. Und die Bomben bleiben nicht auf dem blauen Ding liegen. Das ist jetzt richtig doof. Habe ich sie richtig drauf erwähnt. Warte mal. So. Habe ich sie richtig drauf erwähnt? Keine Seile mehr. Und wenn ich hier springe, dreht der Typ durch. Richtig? Was kann das Spiel mir doch nicht antun? Ich will doch... Bloß so doofen Schlangengrube, wo die Blondine da rausholen und Zeug... Das klappt nicht. Okay. Hardcore Methode. So. Habt ihr nun davon. Musst ihr alle meine schönen Bomben aufgeben. Und jetzt noch eine mehr, um hier die Spitzhacke zu kriegen. So. Menno. Blondine kriege ich auch nicht. Weil wir dazu Seile bräuchten. Und wir haben keine Seile mehr. Könnte im Eislevel auch interessant werden. Aber irgendwie habe ich so den Verdacht, dass wir nicht bis zum Eislevel kommen werden. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Sproing. So. Haben wir irgendwo noch Sachen, wo wir leicht rankommen könnten? Nicht wirklich. Okay. Geist kommt. Raus hier. Nur noch drei Bomben. Keine Seile. Keine Blondine. Dafür eine Spitzhacke. Ich finde den Tausch nicht... Was war das? So toll, wollte ich sagen. Dich hätten wir gerne. Zing, zing. Da oben ist ein verrückter Skorpion und eine Schlange. Oh, Kiste. Zeug. Äh. Warte mal. Warum ist das da oben in die Luft geflogen? Es waren zwei Felder. Mist. Weiter nach unten soll ich nicht buddeln, ne? Nö. Okay. Das lief auch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber irgendwie läuft gerade gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Das ist echt krass. Manchmal habe ich echt so eine Tage, da läuft nichts so wirklich, wie es soll. Aber na gut. Geht zum Beispiel keine Vase aufgehoben. Und Zeugen. Hm. 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 Warum hat mich der runterfallende Pfeil von... Und die Waffen sind doof, weil ich sie nicht mitnehmen kann. So. Runter. So. Lauf du mal da hin und her. Das ist okay. Guck dir mal, bist du im Skelett? Nein. Hier den Weg lang. So. So. Dich abholen. Dich abliefern. Damit wir endlich mal wieder über vier Herzen kommen. So. So. Dich abholen. Dich abliefern. So. Zeugen. Ich würde eigentlich ganz gerne da oben ran, aber ich glaube ich kann nicht in der Luft. Nee. Wart mal. Oh, Geist kommt. Okay, nicht warten. Brauch's hier. So. Küsschen. Seit langem mal wieder. Und wir sind über die 40.000. Und haben eine Picke. Also es geht. Oh. Und da haben wir gleich Klebebomben. Was ist hier richtig? Ja. Sehr schön. So. Es. Es hatte was. Zeugen. Oh, gleich noch Bienen. Ja, doch. Langsam. Ganz. Ich sollte einfach die Klappe halten. So. So. Schrotflinte. Spikes. Ich glaube ich kaufe die Spikes. Ich glaube ich kaufe die Spikes. Schrotflinte ist sehr schick, aber viel, viel zu teuer. So. Ich habe vorhin die Blondine gehört. Ich glaube das war irgendwo rechts gewesen. Da. Okay. Okay. Dann müssen wir nichts mehr kaputthauen. Das heißt die. Was haben wir da? Kein Weg raus. Okay. Wir sollten erst einen Rausweg schaffen, bevor wir da reingehen. So. Fallschirm. Nein. Wir haben keinen. Mist. Alles nicht so, wie es geplant war. Obwohl, warte mal. Da kommen wir jetzt ran. So. Natürlich sind es auch keine Dingens. Keine Seile. Da kommen wir nicht hoch. Erstmals Gold. Prioritäten und so. Da wäre ein Ausgang. Bisschen Zeit sparen. So. Kommen wir jetzt irgendwie wieder nach oben. Zurück Richtung Blondine. Geist kommt gleich. Geist kommt gleich. Geist kommt gleich. Ja. Hier sind wir wieder richtig. Okay. So. Weg mit dir. Wieder Bomben. Ich brauche verdammt nochmal Seile. Oh ja. Ich brauche auch sie Bomben. Aber ich brauche auch Seile. Oh oh. Äh. Na. Na. Ich bin die doofe. Ich wollte die Blondine haben. OK. Dann halt. Treue. Axt. Statt Blondine. Aber ich denke mal Lebenspunkte werden jetzt besser, weil das Ding wird in jeden Moment auseinander brechen. oder auch nicht also mit dem das wir nicht gebrauchen können du kommst nämlich gleich mit ne kommen wir da sicher runter ich glaube irgendwie nicht also und du bist da sicher okay wir sind hier sicher nein jetzt haben wir drei sachen die wir rumschleppen müssen oh da ist so ein Wurmdingens aber ich will ja kein Wurmdingens deshalb will ich gerne wissen wo der Ausgang ist nicht hier ich will nicht durch die ganze Tiki fallen also wird der Ausgang irgendwo hier sein das heißt wir laufen jetzt hoch holen unsere erstmal sprengen wir den Wurm da genau dich und wir kommen nicht mehr hoch das war eine sehr dobe Idee aber wir haben immer noch keine Seile das heißt wir haben jetzt die Blondine oben wo nicht rankommen und wir haben die Spitzhacke oben wo nicht rankommen die Spitzhacke könnten wir benutzen um wieder hochzukommen da ist der Ausgang das hast du davon du Waffe einfach so uns K.O. schlagen oh ein Rubin so so dich geben wir ab dich nehmen wir mit hat nichts okay das heißt wir nehmen jetzt den Bumerang mit als nächstes Level und oben können wir nichts nein 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 das war knapp okay raus hier kein Küsschen Gold sieht okay aus wir haben Stachelschuhe aber so toll sind wir auch wieder nicht nein er hat nach vorne eine Blase gespuckt ich dachte wir machen das nur nach oben geh weg Frosch geh weg Frosch das war knapp so jetzt haben wir nichts mehr kein Bumerang kein gar nichts und der kann das ganz schnell hintereinander machen und davon bin ich jetzt irgendwie nicht ausgegangen nein ich habe seine Schulter berührt oh ja heute war mal wieder eine dieser nicht gut Tage aber dafür ist es recht viel Gold geworden aber ich weiß hätte ich einen besseren Tag gehabt wäre das wesentlich mehr geworden vielleicht hätten wir dann endlich mal die 100.000 geknackt aber na gut ein Tiki Mann hat mich totgeschlagen besten Liste jo Platz 2 also ordentlich aber ich komme langsam ran ich komme langsam ran na gut guck mal meinst du es runter ob da noch jemand anders ist nö meine Seite also dann bis morgen bis morgen Vielen Dank.